Ich möchte mich auch ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken, die diese Reise und den Aufenthalt hier für die Jugendlichen organisiert haben. Ein besonderer Dank geht an Herrn Boss von der Gemeinde Demane, an Ina Schäfer, von der Gemeinde Dötlingen, an Ina Schäfer. Und dann nun Deutsch von Janine. 7-7-1-0. Okay, danke, Janine. Marion Kückhoff vom Jugendhaus Neerstedt. Sie haben sich alle sehr um diese Jugend-austausch bemüht. Auch ein großes Dankeschön an Familie Gans. Und dann haben wir nun die Duitse les von Esther. Guten Tag, Freunde. Okay, danke, Esther. Wie sich die Zeit genommen hat, oder nehmen wir den Milchkriegbetrieb. Hier ist schon ein Bild und die Swinwolf-Anlage, die Sie dann vorstellen wollen. Weckbudding. 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 So excited. at.